Jo, hallo, wieder mal zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Ich hab hier schon lange nicht mehr gezockt und darum hab ich auch keine Ahnung was... Oh, Eisen ist fertig. So, darum hab ich auch keine Ahnung was ich gerade machen möchte. Egal, egal. Ich guck grad... Das ist nicht die Kiste. Hier ist die Kiste. Jo, eigentlich wollte ich hier in die Höhle marschieren. Doch, das war nur ein kurzer Ausflug. Jetzt sag ich das mal da rein. Und ich hätt... Achso, ja, das muss ich auch machen. Und ich hätt gesagt... Gehuscht. Hier euch hin und du bist der Zweite. Okay, gut. So. Darum hätt ich mal gesagt, ich... Guck doch nochmal in die Höhle rein. Obwohl ich jetzt eigentlich gar nichts brauche. Das Hai ist dann eigentlich auf... Das Hai ist dann eigentlich... Mh, Fackel. Was mach ich jetzt eigentlich? Ja, ich... Ich erkundieren wie... Nee, erkund ich gar nichts. Ähm... Ja, ich... Ich möchte nicht wieder hinauf. Ich hab Angst hier unten. Im Dunkeln. Ganz alleine. Ohne jemanden. Irgendjemanden. Der mich tröst. Wenn ich Aua habe. Das... Das finde ich am... Am härtesten auf Minecraft. Das... Keiner. Okay. Ich hab nämlich einen neuen Mod. Den ich... Ganz... Cool... Geil... Sexy... Hardcore... Finde. Und zwar... Aber ich... Ja, ist egal. Ich mach mal hier. So. Und zwar, wenn ich jetzt Holz nehme... Zack, 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 zack. Mit dem alte ich auch in der Lazy Spatial Welt bekomme ich, wenn ich so, einen normalen Chest. Doch wenn ich jetzt zum Beispiel ein Axel nehme mit der Duo, bekomme ich ein Lumberjack's Chest. Die nehm ich mal. So. Dann... Nehm ich mal hier. Nehm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geh ich wieder zurück. Dann mach ich... Zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. So. Dann bekomme ich zwei... Iron-Nächste. Gut. Jetzt hab ich... Das da. Und nun geh ich... So wie das Symbol eigentlich schon zeigt. Heißt es, äh... Holzt. Holz fällert für mich. So. Hier ist noch ein Ding. Puh. Kannst du das sehen? So, wenn ich das jetzt... Hier hinbaue. Kommt so ein Mensch... ...haraus. Der den Baum einfach abholzt. So. Und wenn er fertig abgeholzt hat, den Baum... ...macht er das hinein. Und ich gebe ihm zwei Äxte. Und die Hälfte von meinen... ...Fackeln. Damit er sich in der Nacht auch zurechtfindet. Und er holzt für mich der Holz ab. Wenn er fertig ist, macht er hier wieder Saplings rein. Ich... So. Und das mache ich dann jetzt auch mal zu. Es geht mir auch schon auf den Arsch. Ich denke, da und rein fliege, wenn ich runter will. Äh... Hier. Saplings, Saplings. Habe ich nur vier Saplings? Ich habe die ganzen Saplings gerade mal rausgehauen, oder? Hm, da. Hier sind meine Saplings. Okay. Egal. Dann füllen wir mal hoch und... ...gehen... ...die restlichen Saplings. Und er hatte ich Saplings auch schon genommen. Moment. Was machst du jetzt? So. Zack. Das machst du nichts. Mach was. Ah, ja. Gut. Ähm... Und... Ja. So. Wie ihr hier seht, hat er schon 6 Wood. Und ich habe hier so ein Ding 6 Wood. Haben wir uns geholt. Und so brauchen wir uns nicht für das lästige Holz zu kümmern. Das mir regelrecht schon nervt. Dass man immer da so suchen muss und bauen. Ich hasse das nicht. Ich baue mir gern. Und sonst... Sonst mache ich eigentlich nicht so gern. So. Zack. 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 Und so haben wir auch das Loch zu. Blub. Und das können wir eigentlich lassen. Der Eingang ist nicht mehr so übel. Ach, das ist blöd. Habe ich jetzt... Habe ich jetzt richtig gesehen? Achso, ne. Ich habe nicht richtig gesehen. Schatz. Ich habe auch nicht... Achso, hier habe ich gerade... Okay, ich habe nicht richtig gesehen. Egal. Zack, plopp. Dazu. Zack. Zack, zack, zack. Dazu. Ich habe gedacht, ich habe... Funke gesehen. Und zwar... Der Funke von... Einen... Mopspauler. So, gut. Jetzt nehme ich mein Schwäckchen. Guck mal so rum. Zack. So, und jetzt bräuchte ich mal Schafe für mein Häuschen. Ich habe eine ganz besondere Idee, wie viel ich muss gucken, wie viel Wohle ich habe. Ach, hier ist ein Schäfchen. Ich finde, ich habe ziemlich wenig Schäfchen. So, bekommst du eine Kiste auf dem Kopf. Oder eine andere Körperstelle, wie du eben möchtest. So, hier mache ich auch, denn hier könnte ich mich verletzen, wenn ich runterfliege. So. Gut. Weil ich hier jetzt auch Schäfchen brauche und Leder auch schön wäre. Wie viel habe ich denn? 55. Ich packe mal hier hin. 55 ist eindeutig noch zu wenig. Zack. So. Hier habe ich auch noch Fackeln. Die packe ich hier drauf. Zack. Die mache ich hier drauf. Dreck mache ich da. Habe ich Sand? Ja. Sand brauche ich. Und. So. Jetzt gehe ich mal hier raus. Über Hundchen. Hündchen springen. Hui. Und. Ähm. Mal. Die Welt angucken. Und. Falls sich manche Leute fragen, warum ich nicht. Ähm. das neueste minecraft habe. Ähm. Da habe ich mir gedacht. Ich mache hier mal jetzt ein paar Folgen. Und. Ich. Bei. Neu in minecraft ist auch noch nicht so viel neues. Und zwar. Fallentür. Falltür sind eingetreten. Und. Ja. Schwebende Inseln. Oder so etwas. In der Erd. Und auch. Doch. Ich meine. Wenn ich eine schwebende Insel. Insel will. Habe ich mir das da untere Teil ab. Und habe ich auch eine schwebende Insel. A schwebende. Die schwebende. Ja. Und. Darum habe ich mir gedacht. Das hole ich mir nicht. Und. Warte. Bis zum nächsten Update. Und habe ich mehr. Davon. So. Zack. 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 So. Ja. Und. Falls ich. Die meisten Fragen. Was ich hier mache. und zwar mache ich hier so ein Blatt für mein Häuschen und zweitens mache ich mir so ein Gehege, so eine Art Gehege und zwar dafür steht hier schon wieder sie los in der Gegend drum was sollen die kacke aber viel habe ich schon sehr viel Holz und ich glaube ich pack da hinten noch einen hin das kann doch nicht gehen dass das so wenig macht so hier aber dafür brauche ich jetzt wieder eine Axt Scheiße jetzt kann ich wieder runterlaufen die machen da Steinexte weil das ist mir zu wertvoll das Eisen dafür das machst du jetzt geht doch mal so ein bisschen Anschubfung geht alles der hat inzwischen seit der eh seine wie heißt es zack 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 Holzachsen da kann ich hier schon weiter bauen wenn es nacht wird euch rein ich schreien meine ich und dann mache ich auch die und ich hoffe es wird übrigens schon nacht schön und vom teufel spricht die ich jetzt an messer es auch ein bisschen blöd durch jenka zu designing pool ihr sagt cool zu steigen nicht mit der dritte mit 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 und ja guten Morgen liebe Sorgen seit der Walleter haben zu saustier ok